Ein riesengroßer Skandal, den jetzt die Bundesregierung einholt. Man hat aus Afghanistan bei dem Ortskräfteaufnahmeprogramm sicherheitsrelevante Gefährder ins Land geholt und das, obwohl der Geheimdienst davon wusste. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir haben hier heute dabei eine Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch von der MAD-Stelle aus Mazar-e-Scharif aus Afghanistan. Und die Bild am Sonntag hat hier eine große Recherche heute passend zum Wahltag veröffentlicht. Es geht darum, dass Ortskräfte, die nach Deutschland geflogen wurden, offizielle Sicherheitsrisiken sind und man davon vorher Bescheid wusste. Es gibt hier eine Geheimdienstliste, die enthüllt, welche Gefährder sich in Deutschland befinden. Völlig unklar ist allerdings, wie viele Gefährder man hier ins Land geholt hat. Es geht hier um das Bundesaufnahmeprogramm und die Bundesregierung hat sich verarschen lassen. Beziehungsweise, ich glaube eher, sie wollten das so. Es gibt hier zum Teil als geheim gekennzeichnete Dokumente, so wie eben eins. Und darauf sind interne Ermittlungen vermerkt zu damaligen Ortskräften. In den Papieren sind auch Verdächtige des MAD mit Namen geführt. Es waren Ortskräfte, die heimlich Kontakt zu Taliban hatten, beziehungsweise sensible Bundeswehrinformationen den Islamisten weitergegeben haben. Im Zuge einer monatelangen Geheimdienstoperation kündigte die Bundeswehr damals die Arbeitsverträge mit Dutzenden von verdächtigen Ortskräften fristlos und sprach Hausverbote für die Bundeswehrstützpunkte aus. Allerdings, als die Taliban Afghanistan zurückerobert hatten, bewarben sich mehrere Bad Guys, wie sie hier genannt werden, von der Liste für das Ortskräfteprogramm der Bundesregierung. Und sie wurden nach Informationen der BILD am Sonntag alle angenommen. Sie leben heute in Deutschland. Fangen wir mal an. Das hier ist Ahmad B. 37 Jahre angeblich, wurde im Dezember 2021 eingeflogen, wohnt in Nordrhein-Westfalen, war bis 2009 Übersetzer für die schnelle Eingreiftruppe im Feldlager Marmal in Mazar-e-Scharif und dann hat ihn die Bundeswehr rausgeworfen und auf die Bad Guys-Liste gesetzt. Laut militärischem Abschirmdienst, das ist der Geheimdienst der Bundeswehr, soll er versucht haben, einen USB-Stick mit sensiblen Fotos aus dem Camp zu schmuggeln. Bei einem Verhör habe er sich in Widersprüche verstrickt und es bestehe der dringende Verdacht, dass er Kontakt zur Taliban habe. So die Einschätzung der Bundeswehr. Um einer möglichen Gefährdung entgegenzuwirken, ließ der Geheimdienst das Handy von Ahmad abhören und sollten sich weitere Erkenntnisse zu Verbindungen mit der Taliban ergeben, bittet die MAD-Stelle in Mazar-e-Scharif um entsprechende Mitteilung. So steht es im Aktenvermerk. Kurz nach diesem Aktenvermerk hat man Ahmad dann aus der Bundeswehr entlassen, allerdings sein Telefon weiter abgehört. Kommen wir zu Said Z. kam im August 2021 mit dem Ortskräfteprogramm nach Berlin. Er arbeitete auch im Camp Mazar-e-Scharif für die Bundeswehr. Ab 2007 war er als Übersetzer tätig, bekam monatlich 858 US-Dollar. Spitzel informierten die Bundeswehr damals darüber, dass Said Z. zu dem Netzwerk von Mullah Oma gehört, dem Gründer der Taliban. Kommen wir zu Hakim T., auch ehemalige Ortskraft von Hakim T. gibt es hier kein Foto, allerdings einen Aktenvermerk. Der Naturwissenschaftler mit Doktortitel lebte zeitweise in Hessen. Zwischen 81 und 86 hatte er in der DDR studiert. Am 30. November 2005 begann er die Arbeit für die Bundeswehr im Feldlager Marmal Mazar-e-Scharif bis zu seiner fristlosen Kündigung am 13. November 2007. Der Bundeswehr-Geheimdienst bescheinigt der Ortskraft, ein Sicherheitsrisiko darzustellen. Der MAD-Chef in Afghanistan hielt damals fest zu Hakim T. Nach abschließender Bewertung sind bei der Ortskraft erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit festzustellen. Er ist somit als Sicherheitsrisiko zu bewerten. Es wird dringend empfohlen, die Ortskraft sofort aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis beim deutschen Einsatzkontingent zu entlassen. Nuri K. 38 erhielt bereits 2014 den ersten Aufenthaltstitel für Deutschland. Er war als Dolmetscher tätig, hat sich im Jahr 2000 schon mal in Deutschland als Asylbewerber beworfen, ist dann nach Afghanistan zurückgekehrt und dann 2007 wieder rausgeflogen bei der Bundeswehr aus Sicherheitsgründen. Gegen ihn liegen die folgenden Vorwürfe vor. Verdacht auf Korruption, Weitergabe von Informationen an seinen Onkel, der Polizeigeneral in Kunduz war. Außerdem steht er im Verdacht, Kontakte zu Mitarbeitern von der russischen Konsulat zu unterhalten und er wird hier als russischer Spion geführt. Die Botschaft warnte vor dieser Unterwanderung. Ihr kennt es, die Visa-Affäre um Islamabad. Ich hatte dazu vor ein paar Tagen ein Video. Die deutsche Botschaft in Pakistan warnte bereits 2023 davor, dass das deutsche Aufnahmeprogramm von ehemaligen Ortskräften und gefährdeten Afghanen von Islamisten unterwandert werde. Ja, ach, und in Deutschland ist man ein rechter Hetzer, wenn man das sagt. So gaben sich Schutzsuchende als Juristen aus. Tatsächlich handelte es sich laut Botschaft aus Islamabad um Scharia-Richter. Ja, Leute, das ist Deutschland. Nach den Recherchen hier von Bild am Sonntag, sie haben selbstverständlich den MAD damit konfrontiert. Zitat des MAD, aus Gründen des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte dürfen wir keine Auskünfte zu den Personen sowie deren Hintergründe erteilen. Ja, genau, der Datenschutz überwiegt mal wieder das deutsche Sicherheitsinteresse. Irgendwann wird Deutschland am Datenschutz zugrunde gehen. Die Bad Guys-Liste habe nicht dem Zweck einer Bewertung nach dem Aufenthaltsgesetz gedient, erklärt der militärische Abschirmdienst. Ja, okay, hat er nicht, aber Leute, also wie man so, da fehlen einem die Worte, da fehlen einem die Worte. Das Auswärtige Amt von Frau Baerbock sagt, Zitat, die Erklärungen einer Aufnahme setzt voraus, dass die strengen Aufnahme- und Sicherheitskriterien erfüllt werden. Haha, guter Witz. Alle Aufnahmezusagen stehen unter dem Vorbehalt, dass sich im weiteren Verfahren keine sicherheitsrelevanten Erkenntnisse ergeben und das Visumverfahren erfolgreich durchlaufen wird. Frau Baerbock, Frau Faeser, Herr Scholz, Sie alle drei haben Blut an den Händen, sie haben sich mitschuldig gemacht, indem sie sehenden Auges trotz Warnungen der deutschen Botschaft aus Islamabad hier Gefährder ins Land geholt haben. Ich fordere jeden auf, sie anzuzeigen wegen Gefährdung. Also da gibt es eine ewig lange Liste. Wie kann man sowas machen, Leute? Wie kann man vor allem, also ich unterstelle mal, dass das so gelaufen ist, dass die eine Hand nichts von der anderen wusste. Der MAD ist im Bundesverteidigungsministerium angesiedelt, der untersteht Boris Pistorius. Jetzt macht hier die Sicherheitsüberprüfung das BMI von Frau Faeser, also mit dem Verfassungsschutz kann sie den Abgleich machen und mit dem BKA. Der BND untersteht ja zum Beispiel dem Kanzleramt und ob Frau Faeser vom BMI hier den Datenabgleich macht mit dem MAD, ich würde sagen offensichtlich nicht, sonst hätte sie davon erfahren. Und Frau Baerbock ist es dann, die die Visa ausstellt als zuständige Chefin des Auswärtigen Amtes. Und so hat man hier eine schöne Dreierkonstellation gebastelt, wo dann am Ende niemand dafür die Schuld tragen möchte. Und unabhängig von der juristischen Schuld, ob wir dafür jemanden ins Gefängnis kriegen in diesem Land, ich wäre sehr stark dafür, dass wir hier Leute, die offenkundig sicherheitsrelevante Gefährdungspersonen nach Deutschland bringen, dass sie angeklagt gehören wegen Verletzung ihres Amtseides und dafür ins Gefängnis zu gehen haben. Bin ich der felsenfesten Überzeugung davon. Denn das, was wir die ganze Zeit behaupten, ihr fliegt Terroristen ins Land, ihr holt Leute ohne zu schauen, wen ihr denn holt, es ist jetzt hier bestätigt worden, wir haben hier die aussagekräftigen Unterlagen, auch hier diese, hier, davon habe ich noch mehr, das sind die Sicherheitseinschätzungen des MAD aus Afghanistan, aus denen ganz klar hervorgeht, dass gewisse Leute hier eine potenzielle Gefahr darstellen. Wenn ihr wissen wollt, wie das besser geht, dann schaut mal, wie die USA das gemacht haben. Die USA haben ehemalige Ortskräfte teils monatelang in Drittstaaten wie Albanien untergebracht. Erst nach einer erfolgten Sicherheitsüberprüfung durften sie dann in die USA einreisen. Was machen die Deutschen? Die Deutschen holen alle rein und prüfen selbst, wenn sie hier sind, nicht mal. Ich bin richtig schockiert darüber. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so einen Knaller jetzt kurz vor der Wahl hier noch rausholen können. Es ist einfach beschämend für unser Land. Es ist exemplarisch für den Zustand der Bundesrepublik, dass Ortskräfte aus Afghanistan trotz sicherheitsrelevanter Einstufung des Geheimdienstes hier trotzdem einen Aufenthaltstitel bekommen haben. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, für wen arbeitet ihr in der Regierung? Ihr arbeitet offenkundig nicht für das deutsche Volk, denn auch aus Afghanistan, es kommen keine Fachkräfte zu uns. Es sind alles ungebildete Analphabeten zu 95 Prozent. Die wenigsten können lesen und schreiben und wenn, dann sowieso nur Arabisch und keine Engli, also keine lateinischen Schriftzeichen. Aber das ist gewollt. Der Untergang Deutschlands, die Abschaffung des christlichen Abendlandes, die Unterwanderung durch Islamisten, sie wird hier von der Regierung gefördert. Wir haben das jetzt hier schwarz auf weiß und ich bin gespannt, ob es diesmal juristische Konsequenzen geben wird. Denn wenn das konsequenzenlos bleibt, dann wissen wir, dass dieses Land hoffnungslos verloren ist. Wenn hier jeder jeden reinlassen kann, nur weil er in der Regierung sitzt und auf alles pfeift, dann brauchen wir auch diese Regierung nicht mehr. Frau Faeser, tschüss. Frau Baerbock, tschüss. Herr Scholz, sie sowieso schon lange, tschüss. Und Deutschland wird endlich wieder aufatmen, wenn diese Regierung abgetreten ist. Sie sollen verschwinden im Nirwana der Geschichte, in den staubigen Höhen und Tiefen des Hindukusch, in Afghanistan zum Beispiel. Es gibt hier sicher kundige Ortskräfte, die den Leuten dort mal die Gegebenheiten zeigen würden. Aber du und ich, wir sind rechte Hetzer. Wir haben das schon lange kommen sehen. Dass das hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Wir sind Verschwörungstheoretiker. Wir sind Fremdenhasser. Wir sind Ausländerfeind. Ich kann das alles nicht mehr hören, Leute. Nein, ich habe eine eigene Meinung. Die unterscheidet sich vielleicht von deiner. Und deswegen bin ich dann gleich der rechte Hetzer. Nee, Leute, ihr wurdet hier überführt. Eindeutig überführt. Und irgendwann klicken auch die Handschellen bei den richtigen Leuten. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Und damit mache ich Schluss. Heute ist ein schöner Sonntag. Sucht euch die richtige Farbe raus. Und damit bis bald. Und damit Americaneras raus. moon Como wie sie das superficiales. Und damit ch Nirg bin. Vielen Dank.